Der Sprung ist dringend in der Hand ab. Sehr leise. Okay, gehen wir hoch. Und dann gehen wir hoch. Man trägt die ganze Schäden. Ja. Hallo liebe Leute, wir haben uns mal gedacht, wir machen so eine Art Format und zwar, dass ihr uns irgendwie so bestimmte Themen als Fragen stellen könnt. Genau, zum Beispiel über gesellschaftskritische Themen, Sexismus, Antifaschismus, alle so eine Themen. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Also alles rund ums gesellschaftliche Leben und so weiter. Und das Format soll dann heißen Philosophieren in der Höhe. Da werden wir dann am besten auf Schornsteinen, Strommästen, auf irgendwelchen hohen Gebäuden uns hinsetzen und dann darüber reden. Ja, halt, philosophieren halt, ne. Und dabei beantworten wir dann eure Fragen. Ja, na dann wünsche ich euch noch mit dem restlichen Video viel Spaß in der Fabrik. Ja, viel Spaß. Was du bei mir hier hast, ist natürlich das Geizt auf der Welt. Nicht stoßen, ne? Ja, ich will gestern Platz für eine Flaschaft. Sieht man noch das Blut? Nein, es war alles getoppelt. Alter, hat gesuppt ohne Ende. Krass, komm mal hin, komm mal hin. Das Darm füllen. Krass, jetzt bin ich auf den Braukesseln. Ja. 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 Vielen Dank.